Ja, also ich bin der Gianluca, ich stelle euch heute das Projekt TagMe vor. TagMe ist ein, ja sozusagen, ein Netzwerk für Personen, die halt auf der Suche sind nach Sachen im Umkreis. Zum Beispiel, ich zeige Ihnen die App jetzt einfach mal. Das ist die App und die App zeigt halt den einzelnen Standort an. Da sind wir jetzt per GPS festgestellt. Und im Umkreis zeigt er im Moment nur kostenlose WLAN-Hotspots an. Zum Beispiel hier, Stadt Köln WLAN-Hotspot. Also der Betreiber Stadt Köln gibt dort einen kostenlosen WLAN-Hotspot. Und man kann diesen halt bewerten. Zum Beispiel mit vier Sternen. Oder ja, vier Sternen sendet man ab. So, diese Bewertung kann man, also das ist noch nicht implementiert worden. Das ist noch nicht ganz fertig die App, weil, wie gesagt, welche mussten halt früher gehen. Und ja, keine Worte mehr. Nee, es wurde halt. Danke. Kannst du vielleicht kurz noch was sagen, was da mit den Bewertungen passieren sollte? Ja, also die Bewertungen sollten eigentlich hier an diesem, normal sind ja hier schon diese Sterne angegeben, diese sollten eigentlich schon ausgefüllt werden. Eigentlich schon, zum Beispiel, wenn jetzt vier Sterne schon vorher abgegeben worden sollen, sollten diese vier Sterne so angemalt sein. Und dann könnte man halt seine eigenen Werten noch dazugeben mit so blauen Sternchen. Diese App ist im Moment nur noch auf WLAN-Hotspots. Aber wir versuchen, die immer weiter zu erweitern mit Open Datas, die wir hier von der Stadt bekommen. Kann man finden auf opendata-köln.de. Und diese kann man dort einbinden und auch, dann werden diese Standorte auch auf dieser Karte angezeigt. Alles klar, vielen Dank.